Es ist faszinierend, wie der Geist funktioniert und wie er quasi unser ganzes Leben kontrolliert. Wenn man ihn wirklich nutzen kann, kann man sein Leben wirklich ändern. Sie ist 19 Jahre alt. Voriges Jahr konnte sie sich nicht für die US Open qualifizieren. Und jetzt ist sie die Siegerin. Ich habe so lange von diesem Moment geträumt. Ich habe ihn fast jeden Tag visualisiert. Dass er nun Wirklichkeit wird, ist einfach verrückt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Teenager visualisiert, wie sie zum Champion in ihrem Sport wird und es dann tatsächlich schafft, noch bevor sie 20 wird? So erging es Bianca Andrescu. Mit 19 schlug die Kanadierin Serena Williams und gewann die US Open. Aber die Geschichte ist noch viel interessanter. An diesem Morgen im September 2019 bekam ich Nachrichten von Menschen aus aller Welt, die mich fragten, hast du die Nachrichten gelesen? Nach Biancas Sieg gegen Serena Williams fragten Journalisten sie, wie sie das geschafft hat, welches Buch sie gelesen hat und wie sie trainiert hat. Sie bat um ihr Handy und zeigte ihnen mein Buch. Es stellte sich heraus, dass sie nicht nur definiere dich neu gelesen, sondern auch mein Seminar sei außergewöhnlich besucht und darüber getwittert hatte. Ich habe mich natürlich total geehrt gefühlt und Bianca kontaktiert, um herauszufinden, welche Technik sie genau angewendet hat und wie. Also traf ich Bianca auf Instagram und sie stellte mir ihre Techniken vor, sprach über Visualisierung und wie sie das Ziel, die US Open zu gewinnen, vor sich sah und verwirklichte. Wenn du also große Ziele hast, schau dir dieses Interview an. Also Bianca, welche Emotionen bringst du ein, wenn du kreative Visualisierung nutzt, wenn du dich selbst in irgendeinem gewünschten Ergebnis siehst? Es hilft mir zunächst, meine anderen Sinne anzuzapfen, meinen Geruchssinn, zum Beispiel wenn ich auf Rasen spiele. Da ist dieser tolle Geruch des Rasens, den ich zu riechen versuche. Dann das, was ich höre, dann das, was ich fühle und all das, wie ich meinen Schläger halte, wie ich den Ball spiele. Ich glaube, das hilft mir wirklich, das zu fühlen, was ich möchte. Die Genugtuung, die Trophäe in den Händen zu halten oder das Gefühl, den entscheidenden Punkt zu machen. Einfach sehr emotionale, glückliche Momente, weil das wirklich tief geht. Ich denke, das ist der Schlüssel, damit die kreative Visualisierung tatsächlich wirkt. Du sprichst da etwas Interessantes an. José Silva, der Pionier dieser Techniken. Du sagst also, du siehst den Mentalbildschirm, den José Silva entwickelt hat. Für diejenigen, die uns zuschauen, Mentalbildschirm bedeutet, dass man die gewünschte Szene so sieht, als wäre sie auf einem riesigen Fernsehbildschirm. Er sollte einen Meter vor einem sein und 20 Grad über der Waage rechnen, okay? 20 Grad deshalb, weil, wenn die Augen geschlossen und um 20 Grad leicht nach oben gerichtet sind, erzeugt das Alpha-Wellen. Wenn man sich in Alpha und Theta befindet, kann man diese Ideen so besser ins Gehirn einsinken lassen, sodass die Szene lebhafter wird. Man macht das nicht im Wachzustand, sondern wenn man entspannt ist, richtig? Das ist nicht ganz leicht. Zuerst fand ich das ganz schön schwer, alle meine Sinne auf einmal zu benutzen. Aber durch viel Übung und Wiederholung wurde es irgendwann zur Gewohnheit und ist jetzt in mir verankert. Ich bin so fasziniert davon, wie der Verstand funktioniert und wie er im Grunde unser ganzes Leben bestimmt. Deine Gedanken werden Realität. Deshalb halte ich das Denken bei allem für sehr wichtig. Was immer du denkst oder sagst, wird irgendwann wahr. Ich denke, dass Intuition ein wichtiger Teil von uns ist und viele sie nicht nutzen. Zum Beispiel, wenn ich sie nicht nutze, sage ich mir immer, hätte ich doch auf meine Intuition gehört, weil man dann im Grunde in seinem Inneren nach Antworten sucht, anstatt auf Druck und Meinungen von außen zu hören. Nur mit der Intuition gehst du in dich. Und nur sie eröffnet dir andere Perspektiven im Leben. Und ja, wenn ich sie nicht nutze, sage ich mir, mein Gott, hätte ich es doch gemacht. Wie bist du überhaupt auf Mindvalley gestoßen? Eigentlich war das meine Mutter. Sie suchte online nach einem Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung und fand euch. Ihr hattet damals noch gar nicht so viele Follower und es ist wirklich unglaublich, wie ihr in drei Jahren so durch die Decke gegangen seid. Heute habt ihr fast ein Millionen Follower auf Instagram und weltweit haben 10 Millionen Leute an euren Kursen teilgenommen. Unglaublich. Als ich dann im Kurs war und anfing, mir ein paar eurer Videos mit all den verschiedenen Mentoren von Mindvalley anzuschauen, stieß ich irgendwann auf dein Buch, für das du damals Werbung machtest, und dachte, das muss ich auf jeden Fall lesen. Und das habe ich getan. Gerade bin ich übrigens dabei, es nochmal zu lesen. Das ist mein Ziel für diese Quarantäne. Das ist toll. Ja, ich habe es fast durch. Ich finde es toll, dass du in diesem Buch wirklich alles ansprichst, den wissenschaftlichen Aspekt und auch, wie wichtig es ist, dass man schon als Kind anfängt, diese Dinge zu lernen. Denn ich habe das Gefühl, dass man, wenn man jung ist, alles begreift. Im Grunde fängt es da an, deine Überzeugungen und all das. Es ist wirklich wichtig, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Doch selbst wenn man in jungen Jahren nicht damit vertraut gemacht wurde, kannst du es in jedem Alter lernen und das erreichen, was du willst. Man sollte sich darauf einlassen. Und du sprichst ja auch über die sechs Phasen und so. Du wirkst so inspirierend auf viele Leute. Glückwunsch zu deinem großen Sieg bei den US Open. Ich fühle mich geehrt, dass meine Arbeit Einfluss auf dein Leben hat und bin stolz, dass du Teil der Mindvalley-Community bist. Und toll, was du über die Community und Mindvalley-Kurse gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Es hat wirklich mein Leben verändert. Und zu wissen, dass ihr nicht nur meins verändert habt, sondern das von Millionen von Menschen. Ich bin euch sehr dankbar und schätze sehr, was sie der Welt gibt. Danke, Bianca. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020